Ja, ich hätte nicht gedacht, dass ich das mal sage, aber wir sind gerade in New York gelandet. Wir haben Zeit und haben nämlich keinen Bock mehr. Untertitelung des ZDF, 2020 So, wir sind ankommen in New York, wie man sieht, Empire State Building, also wir sind gerade auf der Dachterrasse, geil, das Hotel ist mega, mega. Musik Guten Morgen, der zweite Tag in New York. Ich habe heute wie eine Königin geschlafen, es war herrlich. Ich mache jetzt aber erstmal eine Roomtour für euch. Musik Diese Betten sind einfach mega weich und riesig und boah, geil. Musik 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 Mahn Und jetzt haben wir gesagt, machen wir einfach als Abschluss des Abends, gehen wir nochmal auf die Dachterrasse. Jetzt gucken wir hier noch ein bisschen. Bei Macy's ist gerade irgendwie eine Veranstaltung von Game of Thrones oder so, eben so ein Fan-Event. Und da sitzen halt jede Menge Menschen, also ich glaube, die gucken sich da irgendwie eine Staffel an oder so. Heidewitzka, der Kapitän. Oh Gott. Ich glaube, ich habe mir meinen linken Arm gebrochen. Also nochmal, wir sind jetzt im East Village. Ich habe gerade schon mal aufgenommen, aber die Kamera hat sich gewerbt, es zu speichern. Wir haben gerade erfolgreiche Sonnenbrillen geschockt, weil es ist sonnig. Und ich habe meine natürlich im Hotel liegen lassen. Ich wollte eine Sonnenbrille haben, meinem Papa wurde eine angedreht. Ich habe 10 Dollar bezahlt, er acht. Finde den Fehler. Naja, jetzt laufen wir hier ein bisschen rum. Ja, und heute geht es dann schon nach Las Vegas. Musik 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 Untertitelung. BR 2018 Wir sind gerade im St. Tompkins Park oder so und es ist richtig schön hier. Da lag gerade eine Frau nackt auf einer Bank. Papa ganz entsetzt, guck mal die ist nackt, guck mal die ist komplett nackt. Die hatte nix an. Also die hatte auch keine Unterhose an? Ne. Hundeplatz und ganz viele graue Eichhörnchen. Schön. Ja, Kumpel. Ja, ich bin im Urlaub. Schöne Grüße. Ja, hier mit der Katti. Katti, wie heißt das Kaffir? Wie heißt das Kaffir? Äh, New York. New York, sagt sie. Ja, genau, da wo die Amis sind. Die ganzen hohen Häuser und so, weißt du? Na ja. Ja, alles klar. Kumpel, hau rein. Wir hören uns. Ciao.